wir haben heute heute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hittman 2 und er ist hier im Schwanke und Sonny Hellen und was mal das war zu Anfang jetzt mal direkt in die Mood kennst du das wo man auch sich zeigt die Städte immer vor sich gemacht jetzt gemeinsam im bösen Blick große Dornur gelassen dieser Blick hatte so liegt okay ich hab's ausgewählt aber 3 2 ja der macht's bei mir grad nicht er will's bei mir nicht machen vielleicht weil ich kein Kostümchen habe warte ja was ist übrigens hier der Versys Modus verdient Spiel ja wir sind beide Hittmans wir wollen beide alle tot sehen ich gönne mir jetzt ne Ghost Kiste weil mich hat eh einer gesehen ich hab nur die scheiße Bewangskamera gesehen ich hab die magische Brechstange ach scheiße das ist ne Frau ich wollte mir ne Verkleidung schnappen und hab ne Frau K.O. geschlagen mich hat da drin auch schon wieder gefühlt jeder entdeckt mich auch oh jetzt weißt du denn mit dem generator haben gelockt die security wörter habe ich hier rein ja ja den schlage ich übrigens gerade k.o. ist es hier drin klavierseite ich habe jetzt eine klavierseite darf ich jetzt klavier spielen keiner weiß dass ich es war die den irgendwer ich hab das ziel verjagt warum tut er sich also bei mir ist das ziel abgehauen musst du so offen im feld stehen er steht bei mir hat so offen dass ihn halt jeder sieht die jetzt gerade eine ja leider also Leute ich hatte mal wieder hart so hart habe ich noch nie in meinem Leben gecuttet boah verpisst sich doch alle ich stehe vier spieler ah ich gebe daran scheiß drauf ich habe ihn nicht erschlagen ich habe ich habe da geworfen ach so sah er mir aus als würde sie einen komischen techniker da erschlagen ich habe den techniker nicht erschlagen ich habe den brechsteiger entgegen geworfen auch komm schon verbrechen wurde bemerkt ernsthaft hast du irgendwelche letzten worte siehst du wie ich eine waffe auf dich halte ja ja zumindest das kannst du sehen okay das ziel ist nicht weit weg ob ich dir die große hinten gönne Arschloch 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 eine Münze nein ich habe auch eine Münze bekommen ich habe ein Zwischenmesser rausgeholt ist besser die bei mir einfach da durchgegangen wie sie so ein Geist alter ja bei mir mit der Kiste war es beim letzten paar auch nicht anders ist einfach aus einer Kiste gekrochen aber die Kappe ging nicht auf ach das ist der Kiel den wir aus der Testaufnahme hatten was ist das denn es gibt keine Zeugen es gibt keine Zeugen ich habe in 10 Sekunden nein your opponent killed the target opponent kill was nein wurde er nicht 3 2 1 1 Alter bei mir hast du dich gerade geportet lol ich bin jetzt ist alles schlägen geblieben ich glaube er nimmt wieder ab oder Mainz nach dem Sinne mit Waffen drin ja das Spiel versteht mich da war ne Sniper drin ja ja da war ne fucking Sniper drin ja 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 die Biblia die 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 ich habe die Sniper ich bin ihr oben hat hier umgesehen warte mal die hat mit dem die Nein, Fragezeichen. Ich weiß ja nicht, wie der gerade aussieht. Das hat niemand gesehen. Der Start ist komplett frei. Okay, ich glaube, die Runde wird deutlich schneller gehen. Muss nicht sein. 9, 8, 10, 7. Ich stehe halt beschissen dafür. Töne er ihn halt. Wo ist das nächste Ziel dann? 115 Meter entfernt. Ich habe die Sniper zwar, aber ich kann die nicht verwenden, weil ich ein freies Schussfeld auf dem habe. Jo. Aber ich kann sie mitnehmen. Darf ich hier rein? Ich weiß ja nicht. Nein, aber ich will sie auf jeden Fall behalten. Ja, ich glaube, ich habe noch eine Verkleidung gefunden, mit der ich überall rein darf. Glaube ich nicht, aber vielleicht ist es so. Okay, hier habe ich nicht rein. Sorry. Ist hier irgendwo ein Soldat, den ich mir schnackt habe. Ich habe mir übrigens von den Wachboden, die da oben waren, eine Verkleidung gegönnt. Wieso ist denn die Spaß, die es nicht? Wieso ist denn die Spaß, die es nicht? Obwohl eine freie Tür. Warte, kann ich das tatsächlich? Das muss ich ausprobieren. Ich darf nicht sterben. Ich habe eine Sniper, die will ich wenigstens vorher verstecken. Da ist eine Toilette. Sniper verstecken. Die will ich nicht. Deinen Fall. Okay, ist ja gut. Fuck, Alter. Weißt du, ich wurde eh schon längst gesehen und ich habe eh keinen Punkt. Darf ich hier unten rein? Ja, ich darf hier rein. Wo ist meine Klavier-Seite? Ich habe gerade einfach nur Pech. Ja, glaube ich ja. Aber meine Verkleidung ist ja auch kompromittiert, also. Ein Kill noch. Ich wollte hinter dieser blöde Kamera. Ich glaube, ich will gleich noch ein bisschen in den Story-Modus. Oh, fuck, die erkennen mich. Zudor mit einer. Ich muss gleich, das kommt mal ausschauen, das ist eben auf den Sack. Komm, tötet mich! Gute Neuigkeiten, ihr Gegner ist gestorben. Ansichtssache, Isi ist nicht als gute Nachricht. Das ist auch nicht möglich, hier zu verdächtig erregend. Hallo, Wachmann, was geht? Ja, da muss die gutheite Schere herhalten. Ihr opponent just picked up additional equipment. Wieso finde ich kein Ausgang? Ich habe den Ausgang gefunden. Ich werde, glaube ich, nur der Schwinger kann, weil ich diese scheiß Kameras noch auf dem Feld haben. Und wir können sie mit der Schere überall langen. Okay, hier ist keine Sau. Na, das schaffe ich nicht. Ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Ja, ich weiß nur nicht, ob ihn da jemand sieht. Ich habe 40 Sekunden Zeit, das Ziel zu töten. Ah, die hätte ich lang gemusst. Fuck. Eine Verkleidung. Ja, ne, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Und er wurde nicht gesehen. Ja, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ähm, kann ich mir das Flamingo-Kostüm gönnen, Alter? Irgendwie. Das wäre cool. Okay, jetzt habe ich es geschafft, einen Eingang irgendwo hinzufinden, der nirgendwo hinführt. Ging das in der Story? Konnte man sich das Flamingo-Kostüm nehmen? Ja. Geil. Ich könnte ihn erdrosseln, aber warum sollte ich? Ich habe keinen Punkt gekriegt. Ich weiß nicht, vielleicht wurde er doch gesehen oder so? Ne Ahnung. Oder ich wurde zu häufig entdeckt. Kann auch sein. Die Leiche wurden da auf jeden Fall erst jetzt gefunden. Ja, wo wir noch eine Ghostkiste gefunden. Na, sollst du ruhig, nur wurscht. Kann ich mal was anderes da drin finden, als Verkleidung nennen? Oh, ich höre das Rennen am Laufen. Ich wollte ganz ernsthaft über die Fahrstrecke laufen. Sag jetzt bitte nicht, dass ich einmal den kompletten Weg darüber muss. Wieso erkennen die mich? Weißt du was? Ja, dann kill mich ruhig, es ist in Ordnung. Muss ich mir jetzt mal andere Bekleidung. Töte mich! Das war's mir auch gerade. Ja, die soll mich töten, aber ich auf der anderen Seite stehe. Hm. Ach komm schon. Töte mich doch endlich! Danke! Töte mich! 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 ich bin mit dem das küchenmesser dieser arzt ein meister er hat nicht mehr die seinen kollegen vorhin k.o schlage jörg ich hätte gern zum verteidungswechsel zu verlegen wir würden mir glaube ich mehr bringen wir alles andere mir nicht mir schon ich hab schon längst probleme dieses aus dem haus irgendwo ich bin halt überhaupt nicht den weg wirklich null ich hab hier eine kiste da ist ein sternen nein ich wollte ihn nicht töten ich hab doch noch ein Messer ausgerüstet scheiße hier ist ein taser hier ist ein taser und der ist auch noch fernauslöser d nein ich kann das nicht runter schmeißen zu ihm scheiße Ach, das ist doch Bullshit. Punkt. Geh ja schon. Du hast einen Punkt Abzug? Ja, aber ich habe aus Versehen das Küchenmesser ausgerüstet, wo ich den eigentlich erwürgen wollte. Nicht erwürgen, sondern halt bewusstlos wirken. Das geht mir halt ein bisschen auf den Sack so, ne? Da stehe ich halt längst nicht mehr. Ich will aber den Taser nach oben mal sehen. Ich komme hier halt nicht raus, dass ich Bullshit. Muss ich jetzt nichtmals. Okay, das scheint nicht so funktionieren, wie ich will. Wenn ich schon sterbe, mache ich die Videoaufnahmen kaputt. Hm, kann ich verstehen. Würde ich auch machen. Hey, was the hell are you doing? Hey, what the hell are you doing? So, das ist die Videoaufnahme zerstört. So, das ist die Videoaufnahme zerstört. So, das ist die Videoaufnahme zerstört. Wo bin ich? Wo bin ich? Nicht weit weg. Oh, geil, warte mal, ist hier irgendwo was? Die sehen ihn, ne? Äh, ich glaube ja. Scheiße. Kann ich hier rein? Kann ich rein? Kann ich rein? Kann ich rein? Und seitdem jetzt ist das von Wingo Outfit geholt. Ich habe einen Schraubenzieher geklaut. Ich bin ein bisschen clean. Getabell dich schon aus. Und dann hört man sich da an. Warum kann ich nicht sowas rumliegen? Vor allem wo ist der Spack hoch? Warum ist der schon wieder so weit weg? Du so klar, für dich schiesse detadtnehmen. der Idee das kann ich gar nicht verhindern das Problem sind zu viele Gegner ja weiß was man wieder Problem ist ich möchte einmal komplett in der Tat nicht laufen glaube ich lieber hier irgendwo eine gute Verkleidung mehr als darüber zu lassen du hast nichts gesehen Gug mal ich meine Sniper wieder finden beziehungsweise ob sie tatsächlich an Ort und Stelle bleibt wenn man sie abwirft Hä? Nichts hier getötet? Ach wahrscheinlich ist irgendwer in den Taser gelaufen Okay ich merke mir der Taser despawnt nicht Was ist denn Ruder Bubi? LOL Ja wenn du die Sachen fallen lässt dann werden die nicht despawnt wenn du stirbst Okay Also wenn du weißt du zu sterben lass das alles fallen Ja soll das mal fallen und nach dem Steuerkreuz Warte mal sieht den irgendwer? Ja ich kann mal das Flamingo Outfit holen glaube ich Aber die ist ein Iper wurde leider irgendwo hingebracht Ja man ich hab mir das von Flamingo Outfit Ja es gibt hier über eine Stelle der Wohnung so untertauchen kannst Bei dem Autowagen Der typische Flamingo Outfit Wo ist die Treppe? Erkenn die mich da oben? Nö tun sie nicht Ich hab das Flamingo Outfit Ich hab das Flamingo Outfit übrigens auch gefunden Gott war Ganz mal kurz hierhin kommen ich will was ich will hier nur was Test obwohl das Test ich wenn wir in der Nähe von Ziel sind Ich hab das Lust hier ist nämlich gar nicht eben aus der Kiste bekommt Ich glaub zumindest dass es lustig ist Witz wie ich hab das tun für mich das Führer Ich hab das vorzunehmen Und ich hab das Ja ich hab das ich hab das ich hab das Und wir leuchten alles blau ich weiß nicht warum was verschillt sich am Kostüren Ich hab das zu aber sich hier�t jeder sie wird die Nächsthörige in Köln bei mir war der unbemerkt die Karte ich hatte da so eine geister Frostkanal und er hat gehofft sie sich irgendwie ein wiedergültig in der Art ich glaube ich war langsam aber das kann ich dir nur sagen was da war Ich hab zumindest mal einen gesehen. Ja, einen. Ja, gerade eben ist mir einer abgezogen worden, weil einer von den Spackos in den Träser gelaufen ist. Mhm. Der war eigentlich für mich so stimmt. Hehehe. Ich hatte auch mal so eine geilste Annäherungsmine. Hatte ich auch. Keine Ahnung, was draus geworden ist. Okay, darf ich nicht rein. Das schöne sich muss ich jetzt immer vor dir töten. Beziehung, was ich darf nicht zulassen, dass du ein Kind holst. Das habe ich verloren. Das ist beinig. Ich bin nicht jetzt gerade. Ist mir doch egal, mir reicht der Schraubenzieher. Ich bin nicht einfach, ich bin nicht티kisch. Muss ich... Er muss 5.000 Leute wieder um den Drumstehen? Du wirst ja wohl ja selber von dem Abend. Er steht genau einer Menschenmenge. Ich darf hier durch. Ja! Er ist alleine auf dem Klo! Weg mit der Leiche! Ich habe es noch verhindert! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Ich habe den jetzt auch noch gekillt! Das war eine relativ schnelle Runde in Rückkampf! Gern, ne! Wollen wir das dann in zweiter Platz teilen, oder? Ne, ne, das war eine... Obwohl... Können wir in zwei Parts teilen! Ja, Leute, hier beendet dieser Part! Wir sehen uns beim nächsten! Ciao!